Olympiasiegerin Lena Schöneborn liebt ihren Sport, den modernen Fünfkampf. Für einen perfekten Wettkampf brauche ich auch perfekte Pflegeprodukte. Die neuen Bodycare-Produkte von Celagon Cosmetics sind Lena Schöneborns ideale Partner. Im Spitzensport und in Alltag und Freizeit. Die Celagon Bodycare-Produkte sind für mich einfach der Wahnsinn. Ich benutze am liebsten die Dusch- und Reinigungslotion. Die macht mich so herrlich frisch. Die riecht wahnsinnig gut nach Lemongrass. Danach benutze ich die Celagon Body Scrub. Das ist ein Peeling, das mir hilft, mich nach jedem Training wieder wie neu geboren zu fühlen. Celagon Bodycare ist perfekt aufeinander abgestimmt. Peelen, reinigen, pflegen für eine straffe, schöne Haut. So starten sie erfrischt, entspannt und reichhaltig gepflegt in den Tag. Das ist die Celagon Body Lotion. Die ist so weich und angenehm am Auftragen. Das fühlt sich herrlich an. Das ist einfach der perfekte Abschluss für jeden Tag. Celagon Cosmetics Bodycare. Natürlich schön gepflegt.